Herzlich willkommen zurück zu Yoshi's Bully World mit Papa Schlumpf und Pandalu. Das ging schnell. Ja. Er ist im Stress. Frust auf dem Frostbliff. Oh nö. Frustlevel sind immer schön. Oh nö. Und das Level schon beinhaltet Frust. Wenn das Level schon selbst sagt, was Frust drin ist, dann ist das nicht gut. Ja, viel Glück. Und so. Ich bin so fast von Papa Schlumpf. Papa Schlumpf, ey. Das wäre Schlumpfmusik. Das ist voll Simsmusik, finde ich. Ja, stimmt. Warte mal. Wir müssen den da oben umschalten, damit der tiefer kommt. Hast du das noch nicht verstanden? Nee. 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 Ich bin nur hier, um Knopf zu sein. Warte, kann man mit dem noch höher fahren? Da oben in die Kamera ging hoch. Die Kamera ging gerade voll hoch. Hast du das gesehen? Ich da oben umgeflogen bin. Das war aber da drüben. Oh. Nee. Okay. Okay, hier ist nix. Ah. Ach, das ist ja so hoch. In dem Teil. Ja. Da unten ist was. Da unten ist was, ja. Da ist noch was. Das ist du. Ja. Ja, ja, ein Stempel. So, ist da oben jetzt noch was? Mal ne Runde fahren. Hallo. Du hast dicke Backen. Ich hab ein Pinguin im Mund. Hm. Das sieht nicht so aus. Ich hab meinen Fetisch wieder rausgeholt. Mein Pinguin-Fetisch. Das ist auch nicht das was. Oh. Gut. Du, gut. Du, gut. Du hast dich da verboten. Gut. Gut. Ich will nicht werden. Tschüss, Lo. Nein. Verei dich. Nee. Aufsache, der Ball wurde noch geschmissen. Ja. Das war wichtig. Das ist, äh. Ich weiß. Drück die Kiste. Warte. Ich muss nicht mal anschubsen. Oh, shit. Das war die falsche Richtung. Oh, Gott. Ist dem vier runter. Ist doch runtergefallen. Oh, Mann. Komm. Ist zu weit. Ist auch zu weit weg. Ich war vorsichtig. Ja. Mach das ganz langsam. Oh, nein. Ich hab's nicht mehr. Nicht. Nicht hier. Du. Zurück. Der fährt immer weiter, hab ich das Gefühl. Jetzt kannst du. Komm. No. Kann man da irgendwie hoch? Ha? Weil da fallen die im Kreis? Da fallen die am Ende runter. Weißt du nicht, was die machen. Die fahren so. Oh. Wir fahren mit. Wir müssen da hoch. gleich. Die Löcher aus dem Käse. Was? Was redest du da? Oh, Gott. Der Pinguin. Der Pinguin hat mich ermordet. Natürlich hat der Pinguin das. Ja. Oh, Gott. Flatter doch. Das ging nicht. Natürlich ging das. Ich hab's gedrückt. Du, das hat nicht geflattert. Oh, Gott. Der Pinguin. Sie sind die Mörder. Wieso kommst du nicht raus? Ich hab A gespammt, aber du warst voreilig. Stopp. Ich war nicht voreilig. Du bist einfach gestorben, ohne mich zu fragen. Du bist voreilig. Deine Mama ist voreilig. So. Ey! Oh, das wollte ich nicht. So, so. Was wollte er? Tut mir leid. Wir müssen alles wieder sammeln. Ja, ich weiß. Oh, Gott. Gut, Lu. Jetzt geschafft. Aus unerklärlichen Gründen. Ich will darüber nicht reden. Ich will darüber nicht reden. Das sieht doof aus. Schieß mal hoch. Warum ist die Kamera auch so tief? Da, da, da. Nach der Linie schießen hier. Ich versuch's. Ja. Jetzt rüber. Oh, weh. Ich kann's nicht weg. Nein. Oh, Gott. Jetzt geht das los. Man muss ja eigentlich keinen Checkpoint. Weil's voll gemein ist. Weil das jetzt Mario's Skill-Level sind. Wir müssen uns einigen, wer oben macht. Das wird sonst nix. Oh, fuck. Er hat mich gegessen. Warte. Ich muss mich irgendwo ausspucken, wo es sicher ist. Schluck mich runter. Ja. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, nein. Was war da? Was kam da? Die Steinchen da vor dir. Oh, Gott. Ich hab sie, ich hab sie. Oh, Gott. Ich hab sie fahren. Oh, Gott. Nein. Was tust du? Du kannst mich hier nicht alleine lassen. Ja, wenn du jetzt stirbst, ne? Wehe, du stirbst jetzt aus Panik. Hier gibt's irgendwo einen Schalter. Da, 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 da. Zurück. Wir müssen weiterfahren. Wir können hier nicht stehen bleiben. Das ist das Fledermausland. Das Fledermausland? Ja. Was? Was tust du da? Warte, was ist denn hier? Warum dürfen wir nicht im Fledermausland sein? Äh, nur. Ist da unten was? Oder stirbt man da nur? Ich glaub, hier ist das Ziel. Hier ist was. Ja, gut. Ich hab was entdeckt. Das ist ja voll stressig jetzt. Ja. Brauchen wir es zum Werfen. Okay. Oh, nein. Das ist, ähm, ist mein Tod. Ich möchte, ich möchte ein Bullet Bill haben. Moment. So. Ich möchte noch einen haben. Scheiße. Er hat verfehlt. Oh, nein. Was? Warum? Oh, Gott. Warum ist das so stressig? Weil. Gründe. Stressig. Ich hab bestimmt was verpasst. Ja. Essen. Oh. So viel dazu. Du wartet auf den nächsten Bullet Bill, wenn keiner kommt. Hey. Keiner sauch. Hier auf den Pinguin muss man hüpfen. Da kommt ein Bullet Bill. Ja, den brauchen wir auch. Erstmal holen wir uns den und dann gucken wir uns das an mit dem Bullet Bill. Achtung. Okay. Bullet Bill ist tot. Und spektakulärer als gedacht. Oh. Pass auf, die hinter dir kann auch in die andere Richtung schießen, ne? Oh. Und jetzt unten in der Mitte aufmachen. Oben. Oben? Und jetzt? Jetzt will ich da drauf hüpfen. Ich schaff's. Dann müssen wir ja schummeln. Und jetzt? Jetzt das nächste. Jetzt das nächste. Fein. Das war jetzt okay, so wie das. Oh nein. Siehst du, da war nämlich ganz oben was. Okay. Oh, oh, oh. Den kann man essen. Bye. Warte. Oh Gott, sind das die Pinguin wieder oben? Hier kommt der raus. Ja, den braucht man hier wahrscheinlich. Lass den mal bis hierhin fliegen. Da. Du ja, Fang. Wie soll man denn da... Ach du wotter Gott. Holy shit. Ich mein, ich hab's jetzt aktiviert. Ist okay. So. Ist das da noch? So. Ey. So, jetzt muss ich gucken, was ich hier auftauche und was nicht. Hm. Da oben ist noch... Wie weit geht's denn? Oh Gott. Okay. Erstmal die hier. Ja. Mama. Was bin ich? Da ist ein Pinguin drin. Stimmt. Der wär ganz nützlich. Meinst du? Dann auf. Ich stirb dann. No. Wie macht man das denn alleine? Hm. Muss man ja... Wachsen die nach? Man muss die Schüssel ja voll eintimen. Eintimen. Geht doch gar nicht. Oh fuck. Jetzt haben wir nämlich wieder keine mehr. Da ist die Sonne noch. Ist ja schon verkackert. Verkackert. Gut. Okay. Der steckt hier fest. Ich seh's. Tut mir ein bisschen leid. Aber wir stecken jetzt auch fest. Ja, ich will die Sonne haben. Ja, kriegen wir jetzt nicht mehr. Man kann... Man weiß doch gar nicht, wo alle bei Stempel drin sind vorher. Aber... Das ist halt so. Hier, die Kippin, guck. Ach du, lauf! Ich bin ein versaut, Hayashi. Ich strafe mich. Oh Gott, du bist mir im Weg gesprungen. Da ist doch ein Stempel. Ja, sorry. Das ist... Aha. Ja, das weiß ich. Oh, lol. Was hast du getan? Skill-Shots, Mann. Skill-Shots. Okay, die Wolle haben wir wenigstens alle. Den habe ich auch noch aktiviert hier mit meinem Skill-Shot. Oh. Oh. Oh Gott. Stopp da! Guten Tag. Was war das? Das war der Pinguin. Natürlich war das der Pinguin. Der hat mich wieder gemördert. Oh, den brauchte man. Jetzt müssen wir das selbst machen. Noch nicht durch die Röhre gehen, bitte. Ich versuch's. Oh Gott. Gut. Hier ist das Ziel. Wir müssen in die Röhre. Oh Gott, wir haben so viel verpasst. So viel verpasst. Oh Gott. Warum springst du mal gegen mich? Ich will unter dich springen und dann steuerst du immer genau sowas. Wieder rein. Gott, der wird. Oh. Das ist ein Akt. Ähm. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Jetzt bin ich aber ganz unten. Ja, das ist ein Problem. Was denn? Ich bin runtergefallen. Oh, nochmal. Wie soll man denn da hochkommen? Mit einem Bullet Bill? Moment. Achso. Moment. Ja, so geht's easy. Weil man kriegt irgendwie, wenn man auf Gegner spielt, noch einen Boost irgendwie. Nee, weil die Pinguine so, die sind so gebaut. Nee, auf den Bullet Bill habe ich den Boost hergekriegt. Nicht auf den Bullet Bill. Hä? Nicht auf den Bullet Bill? Auf den Bullet Bill? Also, auf den Bullet Bill habe ich, äh, einen Boost gekriegt. Und eine Blume verpasst. Echt jetzt? Welche hämmer ist drauf gekommen? Suchen wir sie oder gehen wir weiter? Wir gehen weiter. Mein Yoshi, Herzblut. Das kann doch irgendwie, das, ich weiß, wo wir so, das war da, wo wir bei der, bei der Feuer... Ah, ja, oh Gott, der Pinguin hat mich angebracht. Jetzt, ähm... Moment. Da, ich rette dich. Dankeschön. Also, ich mach auch hier. Und hier auch. Jetzt sterbe ich. Da oben ist bestimmt irgendwo eine Sonne. Ja, wie mach ich das denn? Ja, spucken. Bleib mal hier stehen. Oben drauf, meinst du? Ich weiß nicht, wie soll man denn da oben drauf kommen, aber war doch okay. Nee, da ist keine, das ist eine Wand, oder? Ja, das ist eine Wand. Okay. Dann spuck nur die Steinchen frei. Okay. Hoch. Nochmal. Und zurück. Oh, nö, nö. Oh, du kannst mich da hoch. Oder ich dich... Warte. Warte. Du musst dir immer fallen, dass du gezielt. Kann ich doch nicht. Oh, warte. Jetzt komm ich. Oh, jetzt hat es verkackt wegen der... Da, da, da brauchen wir eine. Ich hab keine mehr. Kommt da noch eine? Oh. Oh, nein. Oh, nein. Au. Firemelon? Oh. Firemelon? Hier ist das Ziel, oder? Ich will ja nicht drauf. Oh Gott, ich hab's gestartet. Das war ein Schäler. Du hast es gestartet, jetzt ist es weggefahren. Nee, es kommt neu, es kommt zurück, ja. Ich will noch eine Firemelon. Firemelon? Komm. Rüpfe. Au. Au. Aber wo soll die denn sein? Ja, weiß ich nicht. Du hast die alle verbraucht. Da außen. Pinguinen, ich hab nicht geboostet. Was? Ich hab nicht geboostet. Wieso kommen die Pinguinen alle neu? Weiß ich nicht. Da ist eine. Oh, komm, krass. Komm, ich hab die Pinguin. Mach sie frei. Oh. Sammel sie. Sie gesammelt. Das haben wir, es fehlt immer noch eine. Wie, dann geht denn das Level noch? Hm. Jetzt geht's ab. Oh, wei. Mit Achterbahn gefahren. Da ist doch was, oder? Okay, ich hab's verkacken. Was tue ich so? Lass mich nicht alleine. Wir sind gefährliche Sachen. Du musst jetzt nur ausweichen. Ja. Ich hab Stuff im Mund. Ja, dann nutze es. Nein. Wer weiß, ob da noch mal was kommt. Ich heiße Pinguine. Mach die mal weg. Nein. Ach, wach. Die sind gut zum Bumpern. Benutzt den jetzt ja nicht dafür. Ach ja. Echt jetzt. Goddammit. Was ist fertig? Jetzt hab ich sie eh gemacht. Jetzt ist sie eh. Nehmen wir vor. Oh Gott, was ist hier los? Ja, du wolltest sie ja nicht wegmachen. Scheiße. Was hast du jetzt davon? Warte, ich hol das noch. Die Pinguine hat mich ermordet. Oh. Nein. Oh Gott. Da war es noch ein Stempel drin. Und da ist noch ein Stempel drin. Ist hier noch was? Ist halt drauflaufen. Stimmt. Ist auch hier hoch? Hallo. Hier sieht die Kamera aber nicht hoch. Ich glaube, hier ist nichts. Oh Gott. Nee, komm, wir lassen das. Ich sehe nichts. Ah. Pinguine wird der Erste sein. Der hat mich gestoppt. Ich war gebampert. Ja. Ein Pupsi. Was, ein Kacklevel? Mhm. Ich mag Eiswilden nicht. Ich mag Schnee. Ich mag Schnee. Ich mag Schnee. Und Eis. Ja. Und eine Blume fehlt. Und ein Stempel fehlt. Wer darfst du denn nachholen? Du. Mhm. Ich weiß nicht, was du daran unfair findest. Du hast da zwei Sachen. Ja und? Ich kam da aber nicht dran sofort. Ja, aber ich komme in Mainz doch auch nicht sofort. Klar. Nein. Nein. Du er fehlst, ey. Fucking. Als ob ich dich da sammeln lasse. Das ist ja aber wahnsinnig. Das hat ja alles gesammelt. Alles hat er wieder gesammelt. Und dann sagt er mir, das Level ist nicht unfair. Das Level ist unfair. Das hat nichts mit dem Level zu tun. Doch. Das Layout ist unfair. Man soll ja auch nicht gegeneinander spielen eigentlich. Was? Weißt du? Das tut man ja eigentlich nicht. Dann werden dann nicht die Punkte getrennt aufgelistet, wenn man das nicht gegeneinander spielen sollte. Der ist ganz schön blau, der Yoshi. Das stimmt. Was hat der da im Bauch? Frost, Yoshi. Okay. Boss. Oh nein. Shy Guy. Oh nein. Eisberg Sniffits Schloss. Genau, die heißen ja Sniffits, die Shy Guys. Mit diesen Gasmasken. Den Gasmasken? Ja, das sind Gasmasken. Die sehen aus wie Gasmasken. Oh Gott. Viel Spaß von Dennis. So, so. Die Musik erinnert mich an Pitfall. Was denn Pitfall? Ashi, guck mal, da ist bestimmt nichts. Siehst du, da ist nichts. Gott, wie der... Weißt du, warum da ein Loch ist? Damit der Sniffit einen einfriert und da runterschießt. Wow. Ja. Weißt du, direkt zum Anfang des Schlosses, direkt in die Fresse. Willst du mal welche für mich überlassen, damit ich mir vielleicht mal ein Ei holen kann oder so? Nee. Wir haben knuffige Gesichter. Ich bin runtergefallen. Hilfe. Tja, ich habe keine Wolle. Ich durfte ja keine Wolle bekommen. Man hat mir ja keine Wolle gelassen. Nein. Oh Gott. Toll. Ich habe es beigemacht. Ich habe wenigstens, ey. Oh. Oh, ich wollte dich retten. Das ging aber nicht. Puh. Was ist hier? Ich habe nichts. Oh Gott, ich sollte das nicht testen. Wenn du dann... Da ist nichts. Oh Gott. Sie wären auch gestorben. Wow. Manchmal fällt man so schnell. Oh. Ein Ei siehst. Leier. Ist da oben links nichts? Ah, hier ist was. Nee, aber da ist was. Oh. Oh. Ja. Hallo. Wir rutschen hier ganz schön. Aha. Wie krieg ich die Wolle so schnell hier? Hm? Wie krieg ich die so schnell wollen? Was ist hier los? Okay. Warum bist du überall gleich versteckt? Da ist doch auch was, oder? Da ist auch was. Ehrlich jetzt. Jede Scheiß-Cohle. Oh mein Gott. Oh, pass auf. Ja. Ich sehe es. Ich habe nicht gesehen. Ich habe das nicht wahrgenommen als Gegner. Da oben ist auch was. Schieß da hin. Warum ist das so easy? Weiß nicht. Ich komme gerade nicht hoch. Oh Gott. Oh nein. Oh mein Gott. Ich habe nichts zum Werfen. Oh. Du musst hier hinkommen. Ja. Mach es. Geh rüber. Es ist auf der anderen Seite erschienen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt wieder auf die Seite. Erst mal warten. Oh Gott. Ah, ist rutschig. Schnell. Ah. Wenn wir uns jetzt so blockiert hätten, so. Geh weg. Nein, geh nur weg. Oh Gott. Ah, du nein. Ich habe nicht gehört. Was ist passiert? Ich habe dich rüber geschossen. Was ist passiert? Soll ich den Shy Guy essen. Oh mein. Aha. In jeder Wölbung bitte gucken in der Decke. Warte. Guck mal hier. Da war keine Wölbung. Ähm. Kannst du mich? Ess mich. Kommt nämlich so ein Bumper runter. Wow. So. Warte. Ja. Okay. Wie ist das Level bisher sehr merkwürdig? Ja. Das stimmt. Warte. Langsam. Nicht schieben. Langsam. Geht Zeit. Aha. Ähm. Mhm. Und hier hinten wieder. Und zurück. Und andere Richtung. Galino. Oh Gott. Die fallen alle runter. Oh Gott. Ich habe Angst. Oh Gott. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin. Das ist so verwirrend. Oh Gott. Ich bin tot. Warum ist das verwirrend? Hintergrund, Vordergrund. Das ist jetzt Vordergrund hier. Ja. Es ist oft so anders aus in meiner Welt. Gott. Komm. Warum ist das was? Ja, okay. Ausnahmsweise mal nicht. Sammeln das Herz. Stopp. Oh Gott. Nicht sterben, bitte. Da. Da muss man bestimmt rein. Ja. You did it. I did it. You did it. And I go weiter. Und I go weiter. Oh. Wolle. Also dann kann man einfach mitfallen. Und dann so. Warum machst du das? Hä? Das war sehr riskant. Skill war das. Oh Gott. Was geht hier? Ein solches Verhalten nicht. So viel zu den Herzen. Ja, es tut mir leid. Wieder hoch. Oh shit. Oh Gott. Warum kommst du denn? Weil da noch was war. Da war noch was. Oh nein. Nein. Oh nein. 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 Ich konnte mich wirklich so retten. Ich war so geschockt davon, dass du untergegangen bist, dass ich selbst untergegangen bin. Nein, nein, nein. Wow. Das Level zerstört mich. Oh mei, oh mei. Oh Gott. Komm, geh hoch. Ja. Ich hab sogar geschafft. Stolz auf dich. Ich hätte mich jetzt nicht gedacht. Oh Gott, ich rutsche. Ui. Dieses Rutschen ist halt so schlimm. Ja. So. Oh, dass die so schnell drehen ist so ätzend. Okay. Okay. Oh nein. Oh nein. Kein Rücksicht auf Lou. Da unten ist doch was bestimmt. Oh, warte auf mich. Geh mal da runter. Ich mach schon. Oh, der kommt doch gerade. Ich hab hier nichts zu verlieren. Da war aber nichts. Sicher? Ziemlich. Warte einen ab. Okay. Jetzt. Oh Gott. Warte einen ab. Da ist nichts. Okay, da ist nichts. Oh Gott, sind die groß. Ich warte auf dich. Oh Gott. Lauf. Hier, ducken. Ducken, ducken, ducken. Ich hab dich geducken. Oh mein Gott. Bist du mich? Ah. Alter. Das ist so scary. Da ist doch was. Oh Gott, ja. Ja, das sind die Herzen. Die obligatorischen. Nicht voll. Schade. Aber sonst war alles. Zwei Stempel fehlen. Oh. Wo waren die denn? Keine Ahnung. Wo waren die denn? Ewig lange Level. Oh Gott. Voll gegen das Mikro gekommen. Mein Dings ist gleich leer. Lies den Text mal vor. Okay. Ich hab aber noch keinen Text. Die hüpfen runter. Die hüpfen runter. Die hüpfen. Die geht mir langsam auf die Nerven. Das war ein Wortwitz, weil wir in der Eiswelt sind. Ich bin so schlau. Kriegen wir jetzt Melonen? Ich weiß, was zu tun ist. Oh. Doch nicht. Ah, doch. Nee, hä? Ah, der hat Stacheln gemacht. Du bist rechts übrigens. Ja, ich hab's gemerkt. Ah, die Füße. Irgendwas mit den Füßen. Ah. Ah, jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Nee. Ah. Hä? Hm. Ah, dann nochmal dagegen schießen und rumwerfen. Schießt sie auf die Füße? Jetzt nochmal. Und nochmal. Boah, das ist ja. Jetzt drauf springen. Oh, oh. Machst das schon. Oh, ist das. Da brauchen wir aber echt alle Schallgeist, die der spuckt. Ja. Oh. Die muss ich. Voll, voll Diskodänz hier. Oh. Oh nein. Boah, das ist echt so. Voll elektro. Aber gefällt mir. Voll awesome. Ich glaube, das ist der letzte Boss, wäre so. Ja. Oh Gott, was? Äh, hä? Okay, okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nicht auf ihn draufstellen, der macht die Stacheln. Oh Gott. Oh nein. Ich hab, ich hab. Jetzt hast du mich gefressen. Gut, gut. Ich hab alles kaputt gemacht. Oh Gott. Gut. Es wird immer besser. Ich bin zu verwirrt. Komm her, ich brauch dich. Ah, okay. Moment. Du brauchst drei. Ja, ich weiß, dass ich drei brauch. Achso. Au. So. Das ist so gecheatet. Ja, was soll ich machen, wenn du mir alle Shygeist zerstörst? Wow. Außerdem war das jetzt schon ein bisschen Skill, weil ich das schnell machen musste. Ich mag die Musik hier. Kommen so schön Schlitzschuhfahren zu. Pass auf die Dinger auf. Ah. Unglaublich. Das war schneller als ich dachte. Ja, genau. Ja. Mann. Ah, scheiße. Siehste? Ja, ich kann mich weg. Ja, ausleben. Oh. Da kommen so Stachelkuhchen. Ah. 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 Nein. Gut gemacht. Das ist die Shygeist. Versuch's. Oh nein. Jetzt hat er schon mehr gespuckt. Gott David, warum bist du immer da? Warum noch nicht? Warum geduldig? Jetzt. Nochmal. Gut. Ja. Die Christon ist. Unglaublich, ey. Dann nimmt die noch den finalen Schlag. Tja. Nehm halt, was ich kriegen kann. Was ist denn immer so glücklich? Dass Yashi trotz Niederlagen immer so glücklich ist. Wir sind immer so gestresst. Oh man. Oh man. Wuli. Wuli. Ja. Ja. Wuli. Wart mal schneller, du Sau. Nächste Welt jetzt. Ja. Ah ne, wir haben alle Blumen, ne? Ah ne, eine fehlt uns. Ne, dann haben wir nicht diese erste Welt. Doofe Eisblume. Oh, das ist ein Sniffet, Yashi. Oh. Der hat die kleine Maske auf der Nase. Oh, der hat er. Ich muss jetzt mal hochgucken. Oh, da läuft sie. Ja, ja. Sie. Schublade. Oh mein Gott, letzte Welt. Kommen wir jetzt in eine Schublade. Warum soll es die letzte Welt sein? Nur weil es eine Schublade ist. Es ist eine Schublade. Es sind doch immer acht Welten. Guck mal, wie episch sie sich öffnet. Das stimmt. Es ist irgendwie dramatischer als sonst. Oh. Was? Bowser. Ist das schon so weit? Es gibt einen Woll-Bowser. Ist das jetzt nochmal eine ganze Welt, oder ist das so das Schloss? Und dann sind wir hier wieder bei Welt 1. Aber es kommt bestimmt hier. Guck mal. Nein, was machst du? Dinge. Dinge. Ach so, den Sniffet Yashi wollen. Got stuff to do. Okay. Weil, wenn wir jetzt alles haben, gehe ich mal davon aus, dass sich in der Mitte noch eine Welt öffnet. Das glaube ich auch. Weil das ist zu krass hier. Das ist zu auffällig. Gut. Ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Das eine, das Nest hier. Bis zum nächsten Mal. Das Wollnest. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020